Simone und Michi fanden bei Bauersuchtfrau die große Liebe. Ein Wiedersehen mit dem Paar gab's nach der Hochzeit bei Forsthaus Rampensau. Was beide nicht wussten, auf der Alm war Simone schon schwanger. Das neue Jahr bringt für die beiden ihr erstes Baby. Simone und Michi lernten sich in der 16. Staffel von Bauersuchtfrau kennen und lieben. Doch das Happy End auf ATV war für den Bauern und die Wienerin erst der Anfang des gemeinsamen Lebens. Am 24. September 2022 läuteten die Hochzeitsglocken und als Ehepaar gab's ein Comeback auf ATV. Die beiden zogen gemeinsam ins Forsthaus Rampensau ein und schafften es dort fast ins Finale. Auf der Kärntner Alm wurde im Mai gedreht. Schwanger im Forsthaus Rampensau. Das Forsthaus wird eine Belastungsprobe, aber nicht für unsere Beziehung. Wir gehen da als Paar rein und auch als Paar wieder raus, war sich Simone davor sicher. Was weder sie noch Michi ahnten. Sie gingen als werdende Eltern rein. Denn die 22-Jährige war, glaubt sie, rund eine Woche schwanger, als der Dreh losging. Aber da hab ich's noch nicht gewusst. Anfang März ist es soweit. Michi und Simone bekommen ihr erstes Kind. Wir sind super glücklich, freut sich die werdende Mutter. Es wird ein Bub. Geplant war die Schwangerschaft nicht, verriet Simone Puls 24. Aber wir haben es drauf ankommen lassen. Dass es so schnell funktioniert, hätten wir uns nicht gedacht. Aber wir sind sehr froh darüber. Anfang März steht die Geburt ins Haus. Es wird ein Bub, verriet die glückliche Mama. Noch fühle sich alles irgendwie unreal an, wobei mein Bauch eh schon ganz groß ist. Diagnose. Schwangerschaftsdiabetes. Doch nicht alles ist Eitelwonne. Drei Tage vor Weihnachten teilte ihr Arzt Simone mit, dass sie unter Schwangerschaftsdiabetes leidet. Bleibt diese unerkannt, können bei Mutter und Kind Komplikationen auftreten. Bei Simone wurde ein Zuckerbelastungstest gemacht und dabei wurde es herausgefunden. Jetzt muss ich Insulin spritzen, bevor ich was esse. Aber ihrem Sohn und ihr gehe es gut, beruhigt die 22-Jährige. Nun laufen zu Hause die Vorbereitungen für den heiß ersehnten Neuankömmling auf Hochtouren. Papa in Spemichi ist fleißig am Umbauen. Aktuell ist er dabei, im neuen Kinderzimmer den Estrich fertigzustellen, damit bis zur Geburt im März alles perfekt ist. Simone hat noch Zweifel. Ich hoffe, dass wir fertig werden. Schauen wir mal.